Damit wären wir recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir hier angekommen mit Abby und zwar im Outpost. Und wir werden jetzt den Outpost mal hier ein bisschen erkunden und werden mal gucken, was uns jetzt hier noch so erwartet. Gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Schauen wir mal. Was ist hier passiert? Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Kein Auftrag. Wir beide? Ja. Okay. Also gehen wir mal zu Isaac. Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Oh, wir können ja sogar hier ins Medical Center. Stimmt, da müssten wir ja unsere Collision treffen. Und mal gucken, ob sie verarztet wurde. Sieht schlimm aus, was, Doc? Wo ist denn unsere Kollegin? Wir haben doch unsere, 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 unser Campion haben wir doch abgegeben. Wo ist sie denn? Sagt mir nicht, dass sie jetzt hier entbindet, oder? Nee, doch nicht. Okay. Da ist sie. Okay. Okay. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey, Mel. Entspann dich. Klar doch. Hey, ähm, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ähm, ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Könntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Okay. Wie geht's, Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber fängt uns zur Sorge. Das sagst du jetzt? Niemand sollte Ohren Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Ich muss euch beiden was zeigen. Okay, okay, okay. Zeig mal, was, was, was passiert. Er zieht nicht nach, äh, ja, das zieht er auch nach. Oh, Gott. Oh, Gott. Scheiße. Alter, eine Leichenhalle. Du kackenkopf. Das sind echt viele. Da muss man mal, also, das sind jetzt nicht, also. Das ist nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Was ist denn jetzt los? Oh nein, das ist jetzt Ohren, oder was? Nee, ist in dem Leichensack. Oh nein. Who is it? Oh, scheiße. Es ist Danny. Wer ist Danny? Hab ich was verpasst? Wo ist Ohren? Ich weiß es nicht. Wer ist Danny? Ich weiß nicht, wer Danny sein soll. Ich bin vor ein paar Tagen worden, ein Pascal ist beim Yachthafen gesehen. Okay. Danny und Owen sollten nachsehen. Die waren zusammen unterwegs. Und von Gott haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. No! Er kam zu Fuß zurück. Mit einer Kugel im Bauch. Du schweig bist. Genau. Isaac sprach mit ihm, bis er starb. Aber, soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt, Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Hm. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mail sehen. Also, sagt mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Das ist nicht gut. Ja. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall mal mit Isaac quatschen. Ja. Lass uns zu Isaac. Okay. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Ich sag euch, wir werden bestimmt dazu beauftragt, äh... Ne? Als Suchtrupp da rumzugehen. Ich muss mal den Sitzen noch richtig einstellen. Ei, ei, ei. Da hat sich nicht gut aus. Abby und Maddy sind hier. Alter, was ist denn bei euch verkehrt schon wieder? Lass ihn nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Okay. Das war jetzt ein bisschen strange. Aber gut. Wir nehmen es mal so hin. Habt gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Buzz? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie? Dann. Ein neuer Waffenstillstand. Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite? Oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Mhm. Ich will erholen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Ei. Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew. Ist dauernd okay? Ei, ei, ei. Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. Oh. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen. Sir. Wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Okay. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Aber erst mal schön Apfel essen. Schön, schön, schön. Wenn er auftaucht. Na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja, ja. Das endet doch auch schon wieder nicht gut. Mensch, 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 Mensch. Ohne hätte Danny nie wegen einem Scar gekehlt. Nicht wahr? Was? Nein. Abby. Nicht. Ich bin morgen früh zurück. So lange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Okay. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Jetzt will sie auf eigene Faust irgendwie dahinrabern? Sie weiß, wo er ist. Oh nein, beim Riesenrad. Oder? Hör auf! Ich bring dich um. Was? Ich mein Ernst, hör auf! Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Mach das nicht, es ist zu hoch! Oh mein Gott. Wer will er machen? Weißt du? Wer will runter springen? Ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst. Ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Ja, und ja. Jeder, der Höhenangst hat, würde jetzt nicht springen. Ja, heißt jetzt, wir springen? Wir springen nicht? Was machen wir denn? Oder muss ich jetzt hier was rücken? Hallo? Hallo? Ich muss was rücken? Okay. Also, ich wäre ja nicht gesprungen, ne? Sag ich so, wie du's. Ja, wo ist er denn? Abby! Ich bin hier, du Arschloch! Du bist gesprungen? Und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst! Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Äh, ich hab da was ziemlich krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Kann ich hier irgendwo hoch? Hoch, 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 hoch. Ah, da sind wir wieder. Okay. Puh, sind wir knapp. Aha. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Okay. Okay, okay, okay. Also, wir erkunden jetzt hier anscheinend so ein bisschen die Gegend. Und, äh, folgen jetzt Owen einfach mal. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht ertrinken. Hup. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Wo will er uns denn hinführen? Vor allem, wie hat er diesen Ort vorher gefunden? Ah, ins Aquarium. Das ist bestimmt einer von diesen Zoos. Bloß für Fische. Klappe. Ja. Zoos, aber nur für Fische. Ich hab neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Sie haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, das ist keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen hab. Mit meinen Augen. Vielleicht weißt du, was du gesehen hast, aber du weißt nicht, wie es richtig heißt. Anscheinend. So, ja, lass uns doch nochmal hier ein bisschen durchgucken, ob wir hier noch was Schönes finden. Oder ob wir angegriffen werden. Meinst du, du kommst da durch? Ja, easy. Hilf mir da hoch. Ja. Ja, komm, schön. Räuberleiler. Und ab, die Lucy. Rinder. Oder? Ja, jetzt wär aber ganz cool, wenn wir ne Taschenlampe hätten. Okay. Boah, also krass. Also ich mein, Abby ist schon... Ich hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar, klar, klar. Also, wir gehen schnell mal um und dann kehren wir zurück. 180 Pfund sind jetzt mal nicht ganz so einfach. Nicht ganz so leicht. Kann ich hier irgendwie die Tür... Ich würd die gerne als Backup öffnen. Also, öffnen im Sinne von, dass wir flüchten können. Wär so ne Idee. So als kleine Backup-Struktur. Die wohl mit dem Meer verbunden sind? Ja. Also ich sag jetzt mal ganz kurz, gar nichts zu ohnen. Weil, das ist, glaub ich, wird nicht besser. Krass. Krass, krass, krass. Das sieht übel aus. Also übel richtig gut sieht das aus. Was ist das nur für einen Ort? Nice. Also da muss ich auch sagen, immer wieder, die Entwickler, die haben echt nen... ...nen Top-Job gemacht, was das angeht. Da ist ein Aquarium am Boden. Von der Optik? Du weißt denn, was immer alles war? Krass. Lachen der Kinder, die rumlaufen. Eine andere Welt, was? Hier haben wir noch ne Notiz. Wollen wir uns mal die Notiz mal kurz durchlesen. So, Kinder, wenn ihr das findet, will ich, dass ihr wisst, dass ich euch nichts vorwerfe. Der, was? Die Seraphiten verkaufen sich gut. Ich verstehe, warum ihr dachtet, ihr hättet es bei ihnen besser. Im Boot ist etwas zu essen und Wasser. Nehmt es und verlasst diesen Ort. Ich weiß, dass ich euch zu sehr kontrollieren wollte. Ich wollte unbedingt, dass ihr beide sicher seid. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich konnte keine Antibiotika finden. Antibiotika, genau. Antibiotika, wie wär's denn damit? Ihr sollt beide wissen, dass ich euch liebe. Ricky, pass weiter auf Max auf. Das schuldest du ihm. Dad. Oh, oh. Dad sieht nicht gut aus. Dad sieht nicht gut aus. Wenn man da so einen Brief bekommt von dem Papi, dann ist da irgendwas mit den Kiddies passiert. Und das möchte man, glaube ich, nicht wissen. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Ja. Das verheißt dennoch nichts Gutes. Max' Spielecke. Okay, kann ich hier rein? Können wir die Tür öffnen? Verschwert. Natürlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder irgendwo einen Umweg finden, wie wir Max' Spielecke öffnen können. Können wir denn irgendwie hier hoch? Warte mal, wir können doch. Wir sind von hier gekommen. Das heißt, wir können doch bestimmt die Treppe hier hoch. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Und... Damit wir auf die Regeln brechen. Ist das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ja, 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 ja. Hier kommt bestimmt irgendwas. Also, wie wär's mit Owen? Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Reicht fürs Erste. Ja. Und hier. Hier haben wir noch einen kleinen Brief. Eine kleine Information. Ja, sieht gut aus. Ja, okay. So. Es ehrt dich, dass du deinen Vater respektierst, aber du musst verstehen, dass er dich nur kontrollieren will. Er will, dass du dich weiterhin wie ein Kind fühlst, weil er zu viel Angst davor hat, wie ein Mann zu handeln. Du verdienst es, in einer Gemeinschaft zu leben, die starke Charaktere wie dich unterstützen kann. Und Max erst recht. Er ist noch so beeinflussbar. Wenn dir etwas an deinem Bruder liegt, solltest du mit ihm fortgehen, bevor... Ja. Bevor er die Schwächen deines Vaters übernimmt. Wir kommen in fünf Tagen wieder an eurem Aquarium vorbei. Wenn ihr mit uns kommen möchtet, stell eine brennende Fackel am Steg auf. Wir landen dann in der Nähe... Wir landen dann in der Nähe an. Sie führe dich. What? Also wurden die Kids anscheinend dann abgeholt. Und der Papi wurde als... Ja, Schwächling definiert. Oder deklariert. Ja, es ist die große Frage von wegen, haben die Kiddies das jetzt wirklich gemacht mit der Fackel oder nicht? Damit denn die anderen da anlanden können. Ich gehe mal von, was das heute anlegen heißen. Aber, äh... Was soll ich dazu sagen? Ich verliess mich ja auch, ne? Ich sag nur Antibiotika. Und das sieht aus, als ob das der Papi war. Eieiei, der hat uns aber auch nochmal einen kleinen Brief dagelassen. Das sieht nicht gut aus. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur deine Schwächen annehmen. Oh Gott, sie wurde beeinflusst. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen wie ein Feigling. Ah, Alter. Was für ein Vorbild bist du? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen. Sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch nur auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Ja, also. Scheiße. Ja, das Gute ist. Das ist nicht so schön. Wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett. Er braucht sie nicht mehr. Ai, 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 ai. That is not, not, not good. Not good, not good. So, also. Der Papi ist leider hier verstorben. Und die Kiddies sind abgehauen. Weil, also wenn es jetzt zwei Kinder waren. Und jemand sich hat beeinflussen lassen. Ich würde jetzt mal schätzen, wenn es Bruder und Schwester war. Dass die ältere Schwester sich hat beeinflussen lassen. Und leider Gottes von Soldaten abgeholt wurde. Um irgendwo anders hinzugehen. Was nicht so schön ist. Aber gut. Was willst du dagegen machen? Der Papi ist leider hier verhungert. Oder gestorben. Und die Kiddies sind unterwegs. I don't know who. Und das wird jetzt nochmal interessant. Hier kommen wir immer noch nicht rein. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Ach, er hat die Schlüssel gefunden. Okay. Das würde uns natürlich schon mal helfen. Nein. Wie was mit... Geschafft. Das sieht wirklich krass aus. So, was haben wir hier? Das Weite Meer Ausstellung. Okay. Klar. Machen wir den Fahrstuhlschacht auf. Und spring doch einfach mal da runter. Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Alter. Dein Ernst? Achso, da ist eine Leiter. Das war's dann. Okay. Okay, 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 okay. Also, Abby hat anscheinend ein bisschen Höhenangst. Ist ja auch völlig okay. Ich glaube, jeder Mensch hat so ein gewisses Maß an Höhenangst. Einfach, weil das, glaube ich, normal ist. Also, ich hoffe es. Ich selbst habe auch Höhenangst. Ich weiß nicht, Steve, glaube ich. Steve hat auch Höhenangst, ne? Ja, ich glaube schon. Steve hat auch Höhenangst. Ein bisschen mehr als ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Würde den Jungen gern kennenlernen. Alter, wo geht's denn hier los? Wie zu viel, halt. Ich weiß nicht. Hast du vielleicht. Scheiße. Hoffentlich nicht. Krass. Also, die haben ja hier wirklich sehr viel rumgemalert. Ist okay. Kann man machen. Solide Festung, Max. Sehr gute Arbeit. Oh, cool. Der hat sich ja wirklich hier so ein kleines Vorgebastelt. Cool. Hätte ich aber als Kind wahrscheinlich auch nicht anders gemacht. Sieht geil aus. Ja. Das sieht wirklich geil aus. Kann man nicht anders sagen. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Sie sind wirklich gepunktet. Oh, komm. Lass uns einen Kuss geben. Oh, sehr romantisch. Also, im Endeffekt selber haben wir jetzt... Oder kriegen wir jetzt gerade so ein bisschen Background-Story von Abby mit. Nein. Was ja cool ist. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es ist so weit. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich sag das nicht. Rät mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber... Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Gehen wir schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Hm. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Oh, oh, oh. Was, wenn Owen woanders ist? Wer ist dort? Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Na gut. Also, wir sind immer noch auf der Suche jetzt auf jeden Fall nach Owen. Und werden in der nächsten Folge wahrscheinlich zu diesem Riesenrad hingehen. Ich danke euch auf jeden Fall heute erstmal fürs Zuschauen für die heutige Folge. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Last of Us Part 2. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin sag ich erstmal. Reingehauen. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018